Willkommen zu einer neuen Folge Saints Row, die ihr gehört mit dem Lumo. Hallo Artie, aber Artie kann man sogar für ein Mädchen verwenden, oder? Ähm, wüsste ich, ne, eigentlich nicht. Die Artie? Ne, eigentlich nicht. Die süße kleine Artie? Nicht? Ne, also das hab ich so beim Mädel noch nicht gehört. Artiana? Artiana, mhm. Okay, ich nenne dich ab jetzt Artiana, haben wir uns geeinigt. So. Und heute mag ich mal runterstürzen und du rettest mich. Achso. Ja, also wenn du mich überhaupt rettest. Was, dein Bankkonto ist derzeit leer? Frechheit. Yay. Achso, ich müsste mich ja bei allem mit hinterher springen. Fuck. Man packt gar nicht richtig ein. Wow. Ich meine, das sieht aus, als ob er gerade Liegestützen machen würde. Uff. Guck mal, da bin ich. Du rennst mich erst mal bei einem Haufen, ich bin schon tot. Ich dachte, ich kann auch auf dich einschlagen. Charmant wie eh und hier. Ja, so ist er. Nett, charmant zuvorkommt. Ist sie. Artiana. Ja, ja, ja. Schüchtern, jungfreudig, ungeküsst. Aber mit großen Brüsten. Immerhin. Es ist, es ist ein Minister. Was ist das? Ein crazy shit straighten up life? Was? Ach, das ist ein, 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 ein Kamerateam, oder? Jetzt bin ich fast tot. Wieso bist du fast tot? Der mich angefahren hat. Oh, Polizei. Hui. Das war jetzt ungünstig. Hätte ich vielleicht das Auto nicht gleich klauen sollen. Ich wollte eigentlich diesen... Oh, Kriegmann hat die Polizei auch nicht interessiert, wa? Ja, das stimmt eigentlich. Die sind das schon gewohnt. Ich wollte eigentlich dem, dem, dem Auto hinterher fahren, weil ich wissen wollte, was da drauf stand. Oh, jetzt hat mal die Polizei. Jetzt? Jetzt. Weil ich falsch fahre. Aber weil ich das Auto klaue nicht, oder was? Kein. Was machen die denn da? Uh. Was ist denn das? Was denn? Siehst du das nicht? Was denn? Ne, okay. Das ist gut. Dann sind die Server wieder unterschiedlich. Ah, okay. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Achso, ja, soll ich mal nach einer Mission gucken? Ja, such mal nach einer Mission. Was haben wir denn da? Wir haben den Pierce mit Schutzengel. Oh, ne, ich glaube, ich weiß schon, was wir nehmen. Hm? Die Tammy mit sexy Kätzchens Volgasmus. Das klingt gut. Ja, oder? Volgasmus. Allein, ne. Das klingt flauschig und schön. Da fahren wir hin. Deine Präsenz ist notwendig für den Start des nächsten Genki-Bowl-7-Matches. Kreativiert von den Genki-Girls sexy Kätzchen. Bitte geh da, so schnell wie du es kannst, damit wir unter den Weg kommen können. Na dann. Auf auf. Das war jetzt nicht so klug, ne? Hat plötzlich gar nichts, dass du fährst eigentlich und nicht ich. Soll ich fahren? Nein. Du schaffst das. Du schaffst das. Irgendwie. Oh. Ich fahre mal ein paar Motorradfahrer drüber. Ach, alles kein Problem. Läuft, läuft, läuft. Organspender. Wenn ich jetzt die Brei gefahren habe, halt irgendwie nicht mehr, ne? Ach, na, irgendwann wird schon übrig bleiben. Oh. Ähm. Interessanter Fassi. Ich schaff das schon noch. Ja, ja. Ich vertraue dir voll und ganz. Das, das ehrt, äh, eher deinen Mut, als meine, meine Kunst, glaube ich. Uh. Top. Wow. Oh. Okay. Äh. Ich, ich fürchte... Oder kann ich dich, kann ich, vielleicht kann ich dich ja hier. Können wir das vielleicht umstumpen? Oh. Oh, 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 es fängt an zu brennen. Wir sollten vielleicht besser weg. Ah, ah, ah. Okay, es sind jetzt eh nur noch 400 Meter. Wir können uns auch nochmal ein neues nehmen. Oder ich raub derweil noch ein paar Leute aus. Chup. Chup. China. Nein. Bleibst du weg. Oh. Muss ich ihn erst wieder rausholen? Nein. Lass, lass ihn stecken. Deinen kleinen, großen Freund. Oh, da könnte man noch was kaufen. Was? Oh, ja, da. Hui. Hui. Ich laufe immer mit diesen Anzeigen eigentlich vorbei, aber jetzt, jetzt, da, so. For sale. Ja. Ich hab kein Geld. Wie, du hast kein Geld? Du hast doch sonst immer mehr als ich. Ich konnte noch nichts abholen. Ich auch nicht, aber ich hatte trotzdem mehr. Ich hab hier, nee, ich hatte, glaub ich, zum Schluss, hatte ich doch hier, war ich doch hier, äh, hab ich, glaub ich, noch eine Waffe aufgewertet. Ah, stimmt. Dadurch hab ich doch nichts mehr. Ich erinnere mich, ja. Muss jetzt erst wieder arbeiten. So. Ich, ich klau hier einfach munter. Guck mal, hier sind so viele Leute unterwegs. Ja, deswegen haben die jetzt alle eine Schmerz für mich hier. Wie jetzt? Ernsthaft? Ja. Jetzt muss vorne bleiben. Du darfst erst nicht mit Anlauf gegen sie rennen. Ich glaub, dann geht's nicht, wenn du sie umrennst. Oh, ich hab den Polizisten beklaut. Check. Komm, schon hab ich wieder 6000. Wenn dich mal die Nutte hat, was hier. Mensch. Ich, ich, ich glaube, ich raube sie aus und du kriegst nichts mehr. Du könntest die andere Straßenseite nehmen und jetzt sind wir eh schon fast da. Wollte grad sagen, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Komm, der Dick hat bestimmt viel. Nee, doch nicht. Ja, so raubt man keine Leute aus. Das weiß ich, war wichtig. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Ist das cool. Yay. Komm mal drüber. Ich wollte schon immer mit einem riesigen Wollknäuel irgendwo lang. Das ist doch wie mit einem Panzer hier, wa? Ich bieg links ab. Jo. Miau. Wollknäuel Schockwelle. Was? Errungenschaft. Sturm auf die Wolle. Hallo. Hallo. Wo haben wir denn hier noch was? Ich komm hier nicht durch. Ah. Oh, da kommt was, da kommt was. Ich bin ein riesen Wollknäuel. Lass mich hier durch. Ich räume jetzt hinter dir noch auf, die Reste oder was? Aua. Mach doch mal Platz hier. Ich komm nicht ran an die hier. Dein riesen Wollknäuel. Ich glaub, ich glaub hier lang macht keinen Sinn. Getötet. Und jetzt hier mit Vollgas und Rinnia. Du musst das retten. Ich bin zu weit weg. Irgendwie ist hier nicht mehr so viel los. Nee, wa? Das ist dann fast alles ausgemetzt. Ich bin zu weit weg. 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 Na, jetzt roll doch mal hier. Ich glaube nicht so, Zach. Es ist besonders aufgrund der wenigen Zeiten, die haben sie verabschiedet, um zu verabschieden. Hier noch ein Auto. Mülleimer. Ohne Autos, über die man drüber rollen kann, ist das doof. Ja, weil das macht ja gar nicht so viel Spaß. Wenn du hier immer bloß die Männchen umfahren kannst. Nee. Vielleicht sind wir wieder mal falsch abgebogen oder so. Ich fahr hier sowieso die ganze Zeit umkreis. Oh, hier sind Autos. Na, fahr her. Ich fahr irgendwie raus. Roll los. Oh. Noch, nur noch 40 Sekunden. Das wurde eng. Was ist man noch? Wenn ich jetzt hier weiterhin nur, nur Laternen finde, dann... Jetzt aber hier mit Vollgas. Mann, hier ist kein einziges Auto. Und ich häng schon wieder fest. Och nein, jetzt geht's so knapp vom Ziel. Jetzt müssen wir doch nochmal hier irgendwie... Okay, 9000 noch. Überfahr irgendwas. Ich versuche es doch. Nein. Jetzt. Doch. Reicht das noch? Ja, ja. Ich habe noch Kombi, deswegen läuft die Zeit noch, glaube ich. Das stimmt, ich bin auch noch im Kombi. Ja. So, bei mir hat es jetzt gerade runtergezählt. Und? Sexy Kätzchens Volgasmus Wer denkt sich so eine Scheiße aus Nur 3000 wickrig Schon Habe ich mal ein Level abgekriegt Oh neues Fahrzeug Eine Maus Du hast noch Wir können noch mehr Sexy Kätzchens Volgasmus machen Mehr Volgasmus für die Welt Aua Warum schießt der jetzt auf uns Gar nichts getan Du hast mich umhaust Ich hab dich nicht umgehauen Da schießt er Ab hier Bin gleich tot Ja ich irgendwie auch Warum Ich fände die Gegner stärker mit wachsendem Level Wow Jetzt schießen wir die restliche Folge wieder Wollen wir aber noch einen machen Ja womit Könnten wir noch Schaffen Vielleicht finden wir ja noch so ein sexy Kätzchen Volgasmus hier Ja warte ich steig mal zu dir Steigst du mal ein Junge Auf geht's Atiana Der muss Der muss immer gucken ob du auf der Karte noch irgendwo so ein Ding siehst Achso ich muss ja selber Was ist denn hier los Was sind wir denn hier noch Ähm So eine unmittelbare Umgebung irgendwie nicht Hier gibt's noch ganz viele Läden die wir nicht haben Hast du noch Geld für Läden Naja wir müssen erstmal irgendwie hier der Bande entkommen oder Kann ich denn mal Dann entkommen mal friedlich Ich hebe schon mal Bargeld ab Mein Bar Ich hab immer noch kein Bargeld zu machen Ich auch nicht Was ist denn da los Oh Hm Na gut dann nichts mit Bargeld Oh guck mal hier so eine Bandenaktivität Wow Na dann machen wir noch eine Bandenaktivität wenn wir eh schon da sind Ähm Ach zu Schande Wir könnten aber auch noch mal sterben Bist du auch gestorben Ja Soll hätte ich dich ja wiederbeleben können Und vielleicht sollte man mit dem Auto nicht unbedingt in der Tankstelle fahren Aber was sind denn die Attentate Wo sind denn die zu finden Extras Nee Jedenfalls aber da hinten noch eine sexy Volgasmus Option in der Nähe Schwarzes Loch Niemals sterben Können Cheats aktivieren Nein Nein so was machen wir nicht Doch warte mal Welt Was haben wir denn da Super Super Explosionen Nee Wobei Explosionen sind viermal größer Ja Nein Ähm Science Book ist das hier Attentate Wollen wir mal einen Attentat probieren Dann machen wir mal einen Attentat Wo sind die denn Karl Ziel wählen Folge diesem Symbol Um dein Ziel zu finden Den ersten oben gemacht Okay das ist für mich aber nichts aktiviert gerade Dann kommst du jetzt mit Ich komm jetzt einfach mal mit Ja Oh Oh Vorher werde ich aber überfahren Ich komm rein Und stelle ich jetzt aber mal die Markierung weg Die ich gemacht habe Dann schauen wir einfach mal Fahren einfach mal hin und gucken was passiert So So Soll ich das vielleicht auch noch annehmen Kannst du machen Das oberste habe ich gewählt Moment Wo sind die denn Die sind im Saints Book Im Saints Book Okay Attentate 0 von 4 Genau Und du willst jetzt den Karl umbringen Genau der Karl Karl ist am Flughafen Schmuggeldrohung Klaue am Flughafen Ein Kofferwagen Okay Ich habe es jetzt auch aufgemacht Angemacht Wie ist dir die Jobbeschreibung durch Um Hinweise zu finden Wie du das Ziel zu der genannten Stelle herauslocken kannst Ja das habe ich ja gerade getan Achso Klaue einen Kofferwagen Okay Dann klauen wir mal einen Kofferwagen Ein bisschen vom Highway runter Und bei mir angezeigt würde ich so hier lang Mir wurde erst nochmal weiter Highway angezeigt Jetzt zeigt er auch hier lang an Kurios Manchmal ist das schon merkwürdig das Spiel Wow 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 Oh Da hängt einer auf der Motorhaube Hier kommen wir auch nicht mehr wirklich raus Doch Ha Warte ich fahre mal runter Lass mich wieder einsteigen Ey der klemmt hier fest Ich habe gedacht du vermasselst das garantiert Deswegen bin ich ausgestiegen Äh ja der ist im Motor Festgepackt Er ist ja halt nimm mal mit Macht nisch Kannst du so noch was sehen Wenn der auf deinem Mit dem Fuß in deiner Scheibe hängt Bei mir spinnt hier gerade alle drum Echt Ja Vielleicht solltest du doch besser aussteigen Wenn der Ne das ist gerade voll lustig Da hebt sich auf jeden Fall immer so die Motorhaube Ich fliege immer so Kurzes Stück Ja bei mir auch Aber ich dachte du machst das Nein Oh Scheiße Also dein Kofferraum ist irgendwie Du die Wand hochfahren kannst du wahrscheinlich trotzdem nicht Das wollte ich ja nur mal erwähnen Können wir doch raussteigen Scheiße Kiste hier Aber gut geparkt Was sparen vor allen Dingen Das kann nicht jeder Was ist denn das für ein Pfeil da hinten Ein Pfeil? Das ist ein Pfeil Wui Ist du da auch ein Pfeil? Ja Was ist das? Huch Weiß ich nicht Geldpalette Geldpalette? Gefunden Mhm Eins von zwangzig Tausend war der ja Na immerhin Schenk dir Gaul Oh ich kann mein Bargeld abholen Hey Oh Oh ich will auch Bargeld Haben wir wieder 11.000 Zack 16.000 Wow Aber wir müssen jetzt irgendwie da hoch Ja Da gibt's Keine Brücke Äh Kein Ding Aber da hinten dran vielleicht Ich glaub das mit den Attentaten müssen wir bald in der nächsten Folge machen Oh okay Wir sind jetzt bei 16 Na gut Dann machen wir jetzt noch Machen wir jetzt noch kurz Blödsinn Was hältst du davon? Kurz Blödsinn Lass uns kurz Blödsinn machen Hui Organisierter Blödsinn ist aber immer sehr öde Was hast du denn jetzt gemacht? Was ist denn das? Ist das ein Tintenfisch? Ja Ist voll cool Wo ist denn das jetzt her? Oh ich hab keine Munition mehr für die Waffe Und was macht die? Die fliegt doch jetzt einfach nur hinter dem her Nee das hat das Ding auf dem Kopf Und dann attackiert das so ein paar Leute Ah Weiß nicht Artina Artiane hat immer die coolsten Waffen eindeutig Na guck mal hier siehst du Macht die Oma den Tod Oh Wer schießt hier? Du bist im Krawall machen eindeutig besser als ich War echt neu Die lassen ja auch Geld fallen wenn sie sterben Stimmt ja Wow Wow So fühlt es sich also an wenn mich jemand überfährt Ey das backt hier alle drum Ist ja Wahnsinn Backen tut es bei mir nicht aber Zumindest kein Kuchen Tö Ich schieß Ich schieß auf sie und sie rennt auch noch auf mich zu Wo bist du denn? Flubofaten Wo ist sie denn da vorne? Kopf schießen ey Oh jetzt haben wir einen bösen Heli Ein Heli schon? Ah ich glaube wir bleiben mal hinter der Brücke hier Dann hat sie es ausgehelied Na komm Ich nehme mal euer Auto Und überfahre mal ein paar Stürb Wo willst du denn hin? Äh ich habe einen erhöhten Wendekreis Ich kombine Warte warte Ich will es mitfahren Wenn du mich nicht überfährst ja Ich wollte eigentlich nur ein paar Leute überfahren Ach da bin ich dabei Was sind wir dabei? Äh da 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 Du kommst nicht aus der Karnevalsgegend Äh ne Tschuck Ich mache das gleiche wie mit einem Wollknäuel Bloß mit einem Auto Guck mal wie sie fliegen können Zum Weg da Polizei Platz Wo ist denn der Wo ist denn der doofe Heli? Vielleicht mal ein bisschen auf den schießen hier Äh Hinter uns Ich kann sogar drauf schießen Und fahren gleichzeitig Tschuck Guck mal was für eine Wasserfontäne Ich bin aber noch mit dem Heli beschäftigt Ich glaube auch nicht dass wir den zum Absturz kriegen oder? Oh Nein Jetzt nicht mehr So und ich würde sagen Damit beenden wir die Folge Ja Dann bis zum nächsten Mal Bis denn Tschau